Der frühere kongolesische Rebellenchef Mathieu Ngujolo Chui ist vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in allen Punkten freigesprochen worden. In der Begründung hieß es, die Anklage habe dem 42-Jährigen die Schuld für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht zweifelsfrei nachweisen können. Ngujolo wurde vorgeworfen, für einen Massaker im ostkongolesischen Dorf Bogoro verantwortlich zu sein, bei dem vor fast zehn Jahren 200 Menschen ermordet und hunderte Frauen vergewaltigt wurden. Außerdem sollen Ngujolo Kindersoldaten angeheuert haben. Vor Gericht wies er den Vorwurf zurück, er habe die Attacke gegen das Dorf im rohstoffreichen Distrikt Ituri angeordnet. Er habe erst später davon erfahren, sagte er. Das Massaker ereignete sich während des Kongo-Kriegs, der 2003 beendet wurde.